Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ergelag, der dritte Teil von Großhausen. Und wir sind gerade hier bei einem komplett anderen Teil. Nicht aber mit dem Raffi, der ist jetzt zusammen. So Leute, hier geht's auch lang. Also hier sind auch ganz viele. Hier sind sehr viele Zelte. Ich muss ja ein bisschen netter aufhören zu filmen, weil es sind ja viele Leute. Und manche wollen es halt nicht, dass es ist, dass ich es hier filme. Deswegen. Hallo. Hallo. Leute, hier sind auch ganz viele schöne Stände. Die Puppe. Lass mich in Ruhe. Die kriegt ja Strähnen, wenn die herkommt. Strähnen. Die Büsse finde ich wirklich eigentlich voll am geilsten. Aber es ist ein Riesenbus, der einfach umgebaut ist. Als Cammingbus. Die Büsse, die liebe ich damit. Die sind so geil, diese Büsse. Kann man sagen, die sind so geil, die Büsse. Guck mal, der grüne Bus, der ist voll geil. Hier oben da so. Oder die Büsse, die sind auch ganz geil. So Leute. Gehen wir jetzt mal weiter. Also wir sind sehr verrückt. Hier auch so ein alter, so ein alter, ein Klowagen umgebaut. Einfach als Campingwagen. So viel ist es hier einfach um, das hier ist ein Iglo-Zelt. Richtig geil, aber ich bin aufgebaut, weil es vielleicht heute Abend regnen soll. Wunderschöne Musik machst du. So, richtig geile Opel da. Hat er ausgetragen. Hier sind noch ganz viele Schlangen zum Reinkommen. Guck hier. So. Dann kommen wir wieder auf die Straße zurück. Hier haben wir alles jetzt gekundet. Einfach sagen, dann war es mal wieder das mit dem Video gewesen. Der dritte Teil. Und tschüss, Leute. Bitte.